Hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge der Olifarmer. So, jetzt hängen wir die Kramm oder so. Ne, hier, hier abhängen? Ne. Ne, Quatsch. Schauen wir mal mitten ins Geschehen. So, dann kommen wir an den Rand kommen. Da ist die Frage, mach ich die Packung besser zu? Oder ist sie auf? So, rutscht sie besser rein, ne? So, abhängen das Ganze. Und da gucken wir mal an den neuen. Wann quetsche ich, wie das geht. Wann ... ... Wann wird es? Wann. Wann? Wie jetzt? Geht's da zu oder geht's da zu oder was? Okay, die Druck sind so drin oder was? Okay, jetzt geht's. Ich muss die Augen aufmachen, die liegen alle drauf. So, ein bisschen weiter auf. So, das krieg ich gar nicht geladen. So, das geht. Gut. So, das geht gar nicht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das geht aber auch so gerade, ne? Aber mit dem anderen Ballenspieß, den ich stark im Katalog gesehen habe, damit ging es auch nicht. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Es gibt 5 Minuten der Gapen, das ist ein Kappen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, wenn der Fan jetzt noch eine Frontlade gehabt hätte, dann wäre das Problem nicht. Das wäre das Thema. Das war ein Thema, ne? Der hatte Druck genug. Ich finde es faszinierend, wenn ich sehe, wie Leute mit normalen Frontlader das auch hinkriegen. Das war's für mich. Das war's für mich. So, die Reihen machen wir schon mal fest. Kann da schon mal nichts mehr passieren, ne? So. Und dann haben wir noch ein paar oben drauf. Dann gucken wir vielleicht vier Stück, äh, zwei Stück, was packt. Dann habe ich zwei Stück, zwei Stück braucht das jetzt. Das wäre genug. Ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir gedacht, ich hab's mir gerade die Partner dann nicht mal so viel drauf drauf. Ich hab's mir gedacht. Ja, ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir gedacht, ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir gedacht. Ich hab' nur noch raus, dass ihr noch stehenbleibt. Yes. Yes. Das ist ja unmutig. Da ist ja auch noch eine drauf. Ich muss also einmal weg. Das ist ja auch noch eine drauf. Schnellgurten. Und dann war es auch fest. Na ja. So. Also liebe Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Aber wäre ein Träumchen. Beim nächsten Mal laden wir den Rest auf. Bis dahin wäre es dann. Haut rein. Tschüss.